Musik Kennen Sie die Menschen, mit denen Sie heute hier sind, wirklich? Wissen Sie, was noch in diesen Menschen schlummert, das Sie noch nicht entdeckt haben und vielleicht auch gar nicht entdecken möchten? Jeder von Ihnen kennt sicher das Gefühl, wenn man nachts im Bett liegt und das Zimmer nach etwas Ungewöhnlichem absucht, weil man Angst davor hat, dass im nächsten Moment ein Maskierter mit einem Messer hinter dem Schrank hervorspringt. Mir hilft es in solchen Momenten, das Licht anzumachen. Aber was, wenn dort wirklich etwas ist und nach unseren Füßen greift? Musik Musik Selbst gereinigte Kissen enthalten einige Zehntausend der 0,5 Millimeter großen Menschen. Musik Musik Meine Angst ist, dass wir hier sind, dass wir hier sind, dass wir hier sind. Die Angst ist riesig und schwebt in der Luft. Außerdem ist sie ein bisschen durchsichtig, so ähnlich wie ein Gespenst. Wenn du auf einer Schaukel sitzt und fröhlich vor dich hinschaukelst, so wird sie dich immer weiter anschubsen und höher hinausbringen, bis du vor Angst schreist. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020